Im schönen Quellenhaus der Syltquelle in Rantum fand am Samstag zum ersten Mal ein Flohmarkt statt. Auf den beiden lichtdurchfluteten Etagen konnte gestöbert und ausgesucht werden. Die Stände waren sehr vielfältig, sortiert. Sowohl Kinder als auch Erwachsene wurden dort fündig. Es gab Kaffee und Kuchen. Das leckere Wasser der Syltquelle durfte abgefüllt werden. Der Flohmarkt war sehr gut besucht und die Atmosphäre im Quellenhaus war so auf Sylt einzigartig.